Schönen guten Morgen, liebe Mitbeter. Ja, wir dürfen Gott wieder für alles danken und wir können uns, wenn wir möchten, ein Morgenritual uns erschaffen, um mit Gott geistig in Verbindung zu bleiben. Wenn wir morgens aufstehen, dass wir sagen, danke Herr und mein König für diesen guten Schlaf, dass du uns in der Nacht beschützt hast. Und ja, es gibt ein schönes Lied im Gotteslob, ein Loblieb, das ich euch gern vorsingen möchte. Lobe den Hören, den mächtigen König der Ehren. Lob ihn, o Seele, vereint mit den himmlischen Chören. Komme zu Hauf, Psalter und Haufe, wacht auf, lasse den Lobgesang hören. Lobe den Hören, der alles so herrlich regiert. Der dich aufahne lasst, für dich in sicher gefühlt. Der dich erhört, wie es dir selber gefällt. Hast du nicht dieses verspürt? Lobe den Hören, der künstlich und feindlich bereitet. Der dir Gesundheit verliehen, die freundlich geleitet. Wie viel Not hat mich der gnädige Gott über die Flüge gebreitet. Ja, wir dürfen viel, viel, vielmals danken dem Herrn und Gott für alles Schöne. Also ich habe hier noch Blumen aus dem Garten. Die sind leider schon verblüht. Aber es kommt ja wieder ein neuer Frühling. Und auch die neuen Blumen, die wieder entstehen, ganz von selbst. Wir brauchen sie nur zu pflanzen. Und der Regen und die Sonne lässt die Blumen wachsen. Und ja, dafür dürfen wir auf jeden Fall danken. Und wir werden getragen vom lieben Gott durch diese herausfordernde Zeit. Und deshalb ist es immer gut, sich mit Gott geistig zu verbinden im Gebet. Und ja, auch bei dem Mittagsgebet, dem, ja, dem Dank für das Essen. Und ja, das Tischgebet ist schon wichtig auch, dass wir auch das Abendgebet nicht vergessen. Und immer wieder im Dank bleiben für alles Gute. Auch wenn man nur eine Decke hat oder einen Schlafsack oder nur ein Zelt. Und ja, das ist ganz wichtig, dass wir in Kontakt bleiben. Dass wir miteinander telefonieren. Uns nicht gegenseitig vergessen in dieser Zeit. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall alles Liebe und Gute. Ein schönes Wochenende. Ja, haltet euch weiterhin gesund. Und ja, bleibt in der Liebe Gottes. Alles Gute für euch und bis bald. Tschüss. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.